Philipp, kennst du schon den gefährlichsten Job der Welt? Ich glaube, der gefährlichste Job der Welt ist irgendwo in irgendwelchen Röhren rumklettern bei irgendwelchen Energiewerken und da irgendwie den Ruß rauskehren, habe ich mal gelesen. Der ist aber auch sehr gut bezahlt, aber ich glaube, den meinst du nicht. Nee, ich würde persönlich sagen, es ist bei Boeing ein Whistleblower zu sein. Da wird man auch noch nicht mal bezahlt. Ist das eine Jobausschreibung? Ja. Das wäre schlau, wenn Boeing das selbst ausschreiben würde quasi. Auf jeden Fall, der Kontext ist folgender, nämlich Boeing hat ja aktuell immer mal wieder so ein paar Skandälchen, man kann das schon ausgewachsene Skandale nennen, irgendwelche Flugzeugtüren, die während des Flugs da wegfliegen, irgendwelche Software aus Indien, die halt nicht ganz so funktioniert, wie sie sollte. Und auf jeden Fall gibt es inzwischen schon zwei Whistleblower, die eben Informationen gesteckt haben, dass da bei Boeing einiges im Argen sein könnte und die gestorben sind. Kurz, kurz nachdem sie dann halt irgendwie was gesagt haben. Und es war ein hochrangiger Manager, also ein ehemaliger, der wurde im März tot mit einer Schusswunde im Kopf gefunden. Und halt so, aber dass es so aussieht wie so ein Suizid, Hotelgarage irgendwie, Finger am Abzug. Jetzt der zweite ist durch eine bakterielle Infektion gestorben. Und ich muss sagen, also es ist makaber, es tut mir auch sehr, sehr leid natürlich, weil eigentlich ist es nicht lustig, wenn Leute sterben. Und falls das irgendwas mit Boeing zu tun hat, dann natürlich muss das unbedingt aufgeklärt werden. Aber es ist halt auch irgendwie schon sehr obvious, finde ich. Also ich weiß nicht, irgendwie würde ich da verstärkt der Sache nachgehen. Ich finde das echt schockierend, muss ich sagen. Ich finde das richtig schockierend, weil, also ich würde, also ich finde, gut, der Typ, der jetzt da gestorben ist, bakterielle Infektion. Wobei ich auch gelesen habe, der wäre eigentlich eigentlich vorher kerngesund gewesen und war dann im Krankenhaus auf einmal und ist dann daran gestorben nach zwei Wochen. Das ist schon ziemlich, also das ist, finde ich ja noch nicht so obvious, aber dass da einer in einer Tiefgarage mit einer Schusswunde am Kopf aufgefunden wird. Gut, dann mit einer Pistole in der Hand, wobei ich da auch gelesen habe, dass da eigentlich, also der war wohl vor seiner letzten Sitzung vor Aussagen vor Anwälten und war eigentlich ziemlich gut drauf und hat jetzt nicht irgendwie den Eindruck bei den Leuten gemacht, dass er irgendwie suizidale Gedanken hat. Also das finde ich schon, also das ist natürlich, wird polizeilich noch untersucht, aber das finde ich schon krass. Also da würde ich schon, da würde es mich schon ehrlich gesagt eher wundern, wenn da Boeing nichts mit zu tun hat. Aber gut, also wir wollen ja jetzt hier keine voranliegenden Schlüsse ziehen, aber ich finde es schon sehr schockierend, muss ich sagen. Ja, und damit sind wir hier beim Equistor-Podcast, dem Podcast, wo wir wöchentlich interessante News. Genau, dem True-Crime-Podcast, wo wir hier wöchentlich alles rund um Wirtschaft und Wirtschaftskriminalität besprechen und auch mal so ein bisschen erzählen hier, was unsere Einschätzung auf die Märkte, auf Aktien und so weiter natürlich ist. Und ich würde sagen, wir haben hier auf jeden Fall diese Woche ein sehr starkes Line-Up, nämlich angefangen von natürlich Zinsen, also irgendwie hat jede Woche irgendwas mit Zinsen zu tun, aktuell, dann Tesla, Amazon, ja, so viele Unternehmen haben berichtet, Apple, Starbucks, CVS Health, PayPal und Porsche. Und dann zu guter Letzt berichten wir natürlich auch noch von unserer Aktie der Woche, nämlich der Suetis-Aktie oder wie man es auf gut Deutsch sagt, Zötis. Und da schauen wir uns einfach auch mal an, was ist denn das für ein Unternehmen und ich muss sagen, das Unternehmen ist ein leckeres Unternehmen. Kann ich auf jeden Fall schon mal spoilern. Okay, ja, da bin ich mal gespannt. Dann würde ich sagen, starten wir, wie das hier so üblich ist, mal mit den Macro-News. Und zwar gab es wieder eine Sitzung von, äh, oder beziehungsweise es gab, es gibt Neuigkeiten von der FED in den USA, der Jerome Powell hat wieder was erzählt. Ähm, ich fand's lustig, als ich die Headline gesehen hab, Zinserhöhung als nächster Schritt ausgeschlossen, wo ich mir gedacht hab, okay, eigentlich dachte ich auch, es geht in die andere Richtung. Ähm, aber so wie es aussieht, haben sich jetzt nochmal die Erwartungen einfach nach hinten verschoben, was so die Zinserhöhungen angeht. Zinsen sollen jetzt, bleiben jetzt erstmal wieder beim aktuellen Stand, also keine Senkung, dafür halt Zinserhöhungen auch ausgeschlossen, so kann man natürlich auch versuchen, positive Stimmung zu machen. Ich hab mal nochmal ins FED-Watch-Tool reingeschaut, es wird jetzt erst im September mit einer Zinssenkung gerechnet, aber da ist auch nur 61,3% Wahrscheinlichkeit, dass es Lockerungen gibt. Und dann, naja, äh, erstmal so gegen Ende des Jahres wird's wirklich, äh, wahrscheinlicher. Ich glaub auch irgendwie tatsächlich, also maximal eine Zinssenkung dieses Jahr, wenn überhaupt. Mal sehen, ob sich das nicht sogar noch weiter nach hinten verschiebt. Aber auch was ganz spannend ist, Jerome Powell hat auch nochmal gesagt, er sieht keine Stagflationsgefahr, also stagnierende Wirtschaft und Inflation zugleich. Ähm, Wirtschaftswachstum ist nach eigenen Messungen immer noch bei 3%, auch interessant, und Inflation unter 3%, also grundsätzlich läuft alles in die richtige Richtung. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt mit so schnellen Zinssenkungen konfrontiert sehen. Ich weiß gar nicht, die Börse ist, glaub ich, sogar hat positiv reagiert, ist so 0,5 bis 1% je nach Index gestiegen. Ja, ich denk mal, was ganz positiv angekommen ist, ist halt dieses, wir, äh, wir erhöhen keine Zinsen, weil ich glaub tatsächlich, dass diese Angst im Markt schon existiert hat. Ja, aber, äh, ich werde, also gleich in den Quartalszahlen kann man ja auch nochmal ein bisschen darüber reden, weil ich finde, das ist eigentlich sehr interessant, in den Quartalszahlen sieht man, finde ich, schon langsam die Effekte, was so in der Wirtschaft passiert und wie lange das eigentlich braucht, bis wirklich mal, ja, sich Zinsen, Inflation und so weiter durchschlagen. So sieht's aus. Dann kommen wir direkt mal zu Tesla und die Tesla-Aktie, die hat, äh, die ist am Montag einfach um 14% gestiegen. Ich glaub, die hat aber auch wieder einen Teil davon jetzt über die Woche abgegeben. Ja, also, wenn man jetzt mal guckt, auf Wochensicht ist sie 7% gestiegen, aber am Montag war auf jeden Fall richtig krass, dass sie, glaub ich, fast 20% in der Spitze gestiegen. Und, äh, da ging's darum, Elon Musk hat einen Besuch in China gemacht und hat dann auch da gesagt, hey, okay, äh, wir wollen FSD natürlich in China anbieten und hat eine Zulassung bekommen. Äh, plus auch irgendwie kann die Daten in die USA übertragen und, äh, die bisher nicht ausreichende Datensicherheit hat das so bisher blockiert, also, dass man das, äh, FSD anbieten konnte. Man muss sich aber dafür auch verpartnern und zwar mit Baidu, also dem chinesischen Google im Prinzip, die auch selbst an so autonomen Fahren forschen und, ja, ganz, äh, interessante Geschichte. Also, das ist natürlich so ein kleiner Mini-Erfolg für Tesla, äh, Reaktion vielleicht etwas krass, also, wenn man jetzt mal bedenkt, dass zum Beispiel Mercedes Ende 2023 auch so eine Zulassung bekommen hat und ich glaube, jetzt nicht 20% gestiegen ist. Genau, ich bin mal gespannt, der chinesische, der chinesische Verkehr ist ja vielleicht noch ein bisschen herausfordernder als der in den USA. Ich glaub, da geht's auch manchmal heiß her, könnte spannende neue Daten für das ganze Modell auf jeden Fall liefern. Ich glaub, diese, diese nicht ausreichende Datensicherheit ist aber auch so ein bisschen vorgeschoben, weil ich glaub, Tesla schon seit vier oder fünf Jahren versucht, das da zu machen. Und ich glaube, dass die Chinesen sich einfach auch so ein bisschen mehr noch geöffnet haben, was das angeht, weil ja auch jetzt letztes Jahr dann Mercedes diese Freigabe bekommen hat. Ja, aber mal sehen, was da so dann mit dem Autopilot in den nächsten Monaten passiert. Vielleicht, äh, gibt's dann da ja demnächst auch noch ein paar spannende Sprünge. Und ich würd sagen, damit können wir auch direkt schon weitermachen mit den Quartalszahlen, denn die nehmen praktisch den Großteil dieser Folge dieser Woche ein. Die Großen haben berichtet, Amazon ist das Unternehmen, mit dem wir jetzt erstmal starten. Die haben eigentlich gute Zahlen berichtet, äh, die Aktie hat sich aber nicht so richtig entscheiden können, also richtige Sprünge gab's nicht. Ich glaub, sie ist so ein, zwei, drei Prozent gestiegen im Tag darauf. Das liegt, denk ich, ein bisschen daran, dass es einerseits gute Zahlen waren, andererseits der Ausblick aber jetzt nicht so überragend war, Benjamin, oder? Ja, ich hab das, mit dem Ausblick hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Also ich hab nur gesehen, dass die Zahlen wirklich sehr, sehr krass waren. Und da muss man sagen, einfach so durch die Bank weg, alles erfüllt, was man erwartet hat, plus so ein bisschen auch nochmal übergeliefert. Also es ging ja darum, wie hoch der Umsatz eben ausfallen wird und der ist dann 143,3 Milliarden gewesen. Ich glaub, das war sogar noch so im oberen Spektrum der eigenen Guidance drin. Also das Krasseste war eigentlich, wie es beim EBIT abging und da, da ging es einfach richtig ab. Aber AWS kommt jetzt irgendwie auf eine Marge, glaub ich, von 39 Prozent. Und jedes Segment ist profitabel, also auch der internationale E-Commerce, was jetzt so ein chronisch unprofitables Segment eigentlich bisher war. Man sieht, Amazon hat die Kosten einfach enorm nach unten gesenkt. Also bei AWS am krassesten, aber auch eben im E-Commerce, dann gleichzeitig ist AWS auch wieder 17 Prozent gewachsen, obwohl eigentlich nur 15 Prozent erwartet waren. Wir waren jetzt die letzten Quartale eher so bei 12, 13 Prozent. Also AWS hat sich wieder beschleunigt. Damit hat Andy Jesse auch so ein bisschen eingehalten. Und ja, ich würd sagen, war eigentlich ein ganz solides Quartal. Ich glaube jetzt nicht, dass Amazon so ein krasser, also dass die versuchen immer die Erwartungen so hoch zu halten. Ich glaub eher, dass die mal liefern, wenn dann halt wirklich die Zahlen kommen. Und ich bin da ganz zufrieden als Aktionär. Ich bin ja noch kein Aktionär, wobei ich jetzt auch mal mir überlegt habe, einen Sparplan zu starten. Wegen der Prognose, also da habe ich auch nur gesehen, dass die fürs Quartal 2 etwas schwächer war als erwartet. 7 bis 10 Prozent Umsatzwachstum sollen drin sein. Ich glaube, es wurden eher so 11 bis 12 erwartet. Aber ja, grundsätzlich auf jeden Fall gute Zahlen. Und ja, damit kann man eigentlich schon mal weitergehen zu Apple. Die haben tatsächlich, ja, ich finde auf den ersten Blick waren die Zahlen jetzt erstmal nicht so berauschend. Umsatz ist gefallen um 4 Prozent, EBIT um 1,5 Prozent gefallen, iPhone Sales auch minus 10,5 Prozent. Dafür waren so ein paar, also es wurde ja auch schon erwartet, dass da eher Umsatzrückgänge kommen. Dafür gab es auch so ein paar positive Lichtblicke. Service-Umsatz ist beispielsweise ganz gut gelaufen, 14 Prozent gestiegen. China-Umsätze sind auch nicht so stark gefallen, wie erwartet wurden, minus 8,1 Prozent. Da wurde ein größerer Rückgang erwartet. Aber die Aktie ist um 6 Prozent gestiegen. Ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, dass ja nochmal Aktienrückkäufe angekündigt wurden, in Höhe von 110 Milliarden Dollar, was so 4 Prozent der Marktkapitalisierung entspricht. Also aus Zahlensicht, deswegen hat es das, glaube ich, dann doch nochmal rumgerissen. Was ich auch noch gelesen habe, was aber jetzt gar nicht in dem Bericht oder in den Zahlen drin war, ist, dass die Sales von der Vision Pro wohl etwas langsamer laufen, als erwartet. Apple hatte da ja irgendwie 800.000 im ersten Jahr angenommen. Jetzt gibt es aber auch Berichte, dass das sich wohl eher halbiert mit den Verkäufen, weil die etwas langsamer laufen. Ja, das ist auch ganz lustig. Meine Schwester, die arbeitet bei einem Apple-Reseller und die haben so eine Art Vision Pro, die die zwischen so drei Filialen so auf Tour schicken und dann kann man die quasi so in einer der Filialen immer zu bestimmten Tour-Dates quasi dann so testen. Okay. Ich muss sagen, das ist einfach noch so ein sehr experimentelles Gerät. Also ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ist das alles noch ein bisschen der Zeit voraus. Ja, ich überlege gerade, so gab es irgendwie ein anderes Apple-Gerät, das auch mal der Zeit voraus war vielleicht. Also das könnte ich mir zumindest mal vorstellen, dass es so ein bisschen alles eben noch so sich erst entwickeln muss. Andererseits glaube ich einfach auch, dieser Case für so eine Massenadoption ist in meinen Augen einfach noch nicht da. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie, mich reizt es nicht, so ein Gerät zu haben. Ich finde es zu teuer. Ich finde den Mehrwert, den ich mir davon erwarte, irgendwie auch nicht hoch genug. Beziehungsweise die gesundheitlichen Risiken, die eventuell auf mich zukommen könnten mit Auge und so, dass das dann irgendwie zu anstrengend wird, die stehen da halt für mich nicht im Verhältnis. Hast du da was gelesen, dass es da gesundheitliche Risiken gibt? Habt da noch nichts von gehört. Naja, guck mal, du schaust ja irgendwie auf Displays, die halt direkt vor deinen Augen sind. Also mein iPhone warnt mich, wenn mein Handy zu nah dran ist an meinen Augen. Echt? Ja, kann man einstellen beim iPhone. 30 Zentimeter Mindestabstand. Und ja, dann sperrt sich das iPhone einfach. Dann zeigt es dir nichts mehr an. Dann sagt es einfach nur so, bitte weiter weghalten. Wenn du irgendwie so mal auf der Couch irgendwie wieder anfängst, das iPhone so vor deinen Augen zu halten und dann irgendwie viel zu dicht dran bist. Und ja, bei der Vision Pro hast du halt einfach so ein Display so wirklich so nah wie möglich vorm Auge eigentlich. Deshalb, das ist so ein bisschen, ich glaube, es ist halt nicht so gesund, den ganzen Tag an sich auf Displays zu gucken. Vor allem, wenn die so nah vorm Auge sind. Und ich glaube auch, also zumindest mal jetzt so bei den Meta-Geräten, hier diesen Oculus-Geräten, da wird ja auch kontinuierlich darüber berichtet, dass den Leuten ja eher schlecht wird. Also ich weiß nicht. Ich glaube, dass je nachdem, was du auch mit den Geräten machst, tut es dir nicht so gut. Was ich auf jeden Fall auch sehe bei der Brille ist, dass sie sehr teuer ist. Und dass eben, ich glaube, dass auch das Problem von der Brille ist und was auch diesen experimentellen Stand einfach macht, ist, dass sie, der Use-Case noch eher so spielerisch ist. Das iPhone hat ja direkt schon sehr krass auch den Leuten im echten Leben Unterstützung geboten, weil man telefonieren konnte, Nachrichten schreiben und so weiter und so fort. Aber das ist halt eher noch so eine Spielerei und hat noch nicht so richtig den Mehrwert. Und das ist, glaube ich, auch das Problem des Gerätes. Deswegen es nicht so gut läuft letztlich. Ja, jetzt kommen wir wieder zu einer guten Überleitung. Bei wem es auch nicht so gut läuft letztlich, das ist Starbucks. Und zwar, die haben richtig fett enttäuscht. Und ich finde, Starbucks, aber auch Apple oder auch McDonalds, die auch diese Woche berichtet haben, sind alle sehr gute Zeichen dafür, wie die vielleicht aktuelle Inflationsphase doch nochmal sich dann auf die Märkte auswirkt. Halt eben nur mit einer, oder beziehungsweise auf das Konsumverhalten grundsätzlich, nur eben alles mit einer Verzögerung. Und bei Starbucks war das so, erwartet wurde eigentlich, dass die so ungefähr 9,1 Milliarden Dollar oder 9,2 Milliarden Dollar Umsatz machen und gemacht haben sie aber nur 8,6 Milliarden. Also da fehlen einfach 600 Millionen. Und das ist enorm viel. Das muss man einfach mal sagen, dass es extrem krass ist, was da eigentlich alles an Umsatz fehlt, beziehungsweise was Starbucks einfach irgendwie weggefallen ist. Und es ist halt wirklich so ein bisschen, ja, durch die Bank weg, in allen Bereichen so, also sowohl in den USA oder Nordamerika, da ist der Umsatz in den Filialen im Schnitt um 3% gesunken. Und obwohl der durchschnittliche Kassenbon halt 4% teurer wurde, also das ist halt in der Regel, weil man die Preise erhöht. Und auch international sind die Umsätze pro Filiale sogar um 6% gesunken, in China sogar noch krasser, da ist es nämlich um 11% gesunken. Und Starbucks, ja, hat die richtige Quittung bekommen. Also die Aktie ist, ich glaube, ungefähr 20% gefallen. So erstmal anfängliche Reaktion, wir hatten ja dann auch nochmal den Markt geschlossen, deswegen haben wir das alles so ein bisschen verzögert bekommen. Und, ja, 20% nicht, aber solide 15% oder so, so eine Spitze so 17%. Und, ja, ich glaube, bei Starbucks brennt auf jeden Fall aktuell alles. Also das Management hat natürlich jetzt ganz, ganz große Probleme, wenn in allen Märkten einfach die Umsätze zurückgehen, auch unerwartet, die Margen gehen zurück. Das, was man eigentlich erreichen wollte, schafft man nicht. Und gerade dieser wichtige Wachstumsmarkt China, der schrumpft am stärksten. Was würdest du machen, Philipp, wenn du Starbucks CEO wärst? Den Oleoato nochmal richtig pushen. Nee, also dieses Öl-Ding. Tja, es ist eine schwierige Sache. Was sie ja machen, ist auf jeden Fall, sie öffnen weiter Filialen. Ich glaube, sie sind im Quartal auch über 300 Filialen nochmal eröffnet. Also theoretisch mehr Standorte erschließen kann man machen. Preiserhöhungen ist natürlich auch mal so eine Maßnahme, aber das scheint ja auch nicht so gut letztlich zu funktionieren. Vielleicht müssen sie sich nochmal irgendwie einen besonderen Trick ausdenken, um die Leute öfters in die Filialen zu holen. Vielleicht müssen sie noch ein bisschen mehr mit digitalen Sales arbeiten, wobei sie mit ihrer App und dem Treueprogramm und dem, was sie da reinzahlen lassen, eigentlich schon ganz gut aufgestellt sind. Vielleicht muss man aber auch einfach so eine Situation letztlich auch mal durchstehen. Das ist ja, ich weiß nicht, Starbucks, ist der als Zykliker gelistet oder nicht Zykliker? Ich glaube auf jeden Fall, dass sie grundsätzlich zyklische Gegebenheiten im Umsatz haben. Und dann ist es vielleicht auch einfach mal die Situation, dass es mal runtergeht. Ja, also die erste Sache, genau, die App funktioniert ja eigentlich recht gut. 6% mehr Nutzer in den USA, würde ich sagen, ist auch eigentlich ganz erfreulich. Also sprich, so dieses Treueprogramm, das funktioniert. Das Problem ist, was Starbucks schon mal gesagt hat, die Leute, die die Treueprogramme nicht nutzen, die also sozusagen so Gelegenheitskunden, die sind so ein bisschen ausgeblieben. Also sprich, das ist ja auch der zyklischste Teil der Kunden, die Leute, für die das keine Gewohnheit ist, zu Starbucks zu gehen, sondern die halt mal auf einer Reise zu Starbucks gehen oder so, die waren irgendwie abgeschrägt. Und ja, was man da versuchen möchte, ist irgendwie jetzt die App so ein bisschen mehr dafür zu öffnen. Also sprich, dass man halt auch als Gelegenheitsnutzer irgendwie was davon hat, die App zu benutzen. Könnte grundsätzlich, weiß ich jetzt nicht, also ich meine, es ist ja auch irgendwie schon ein Commitment, eine App zu downloaden. Könnte aber grundsätzlich ein bisschen vielleicht funktionieren, wenn du da irgendwie einfacher an irgendwelche Rewards kommst. Gleichzeitig glaube ich, die Preise sind einfach echt ein Problem. Also mittlerweile sind einfach die Produkte zu teuer. Und das berichtet ja auch McDonalds selbst, weil McDonalds hat ja nämlich jetzt auch nicht so gute Quartalszahlen berichtet. Die konnten immerhin noch wachsen, aber da hat sich auch schon abgezeichnet, dass die Kunden nicht mehr ganz so zufrieden sind mit den Preisen und halt auch international zum Beispiel da etwas zurückgefahren haben. Ich war auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr bei McDonalds. Ich glaube, das ist ein Fehler gewesen. Deutschland sollte tatsächlich noch sehr, sehr gut wachsen. Also das wurde explizit gehighlighted, dass Deutschland sogar noch sehr gut läuft. Okay. Aber ich muss auch, also mein Lieblingsmenü wurde wieder im Preis erhöht, der Gutschein. Also es ist sogar noch ein Gutschein, ja. Der hat inzwischen innerhalb von vier Jahren, glaube ich, fast 100 Prozent Inflation gehabt. Aber gutes Stichwort, nämlich das war jetzt auch das, was ich gedacht habe. Weißt du, ob es bei Starbucks eigentlich auch so Menüs gibt, so Gutschein-Menüs? Das wollte ich nämlich sagen, was auch eine Maßnahme sein könnte, Menüs einführen, weil Starbucks hat keine Menüs. Also du kriegst nicht irgendwie einen Bagel plus einen Kaffee für, sagen wir mal, 10 Dollar. Und ich glaube, das könnte tatsächlich so ein bisschen so eine Strategie sein, so Kombos einführen. So unsere Morning-Kombo irgendwie gerade zu den Zeiten vielleicht auch, wo Starbucks schlechter besucht wird. Ist ja eine schlaue Strategie. Zum Beispiel in der McDonald's-App sieht man das ja auch. Es gibt manche Gutscheine, die kannst du nur zu bestimmten Tageszeiten aktivieren. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass die Leute zu diesen Tageszeiten dann zu McDonald's kommen für den besten Deal, damit dann gleichzeitig die Filiale aber auch besser ausgelastet ist und eigentlich mehr Umsatz macht. Und das könnte natürlich Starbucks vielleicht auch machen. Irgendwelche Frühstücks-Deals, irgendwelche Lunch-Deals, irgendwelche Kombos an sich. Das gibt es bisher nicht. Und eine Sache, das China-Geschäft loswerden. Das ist natürlich eine Sache, die Starbucks vielleicht auch machen könnte. Bisher ist ja Starbucks 100% Company-operated in China. Also sprich, jede Filiale in China wird von Starbucks selbst betrieben. Und das ist eigentlich etwas, was andere Fast-Food-Ketten zum Beispiel nicht machen. Also McDonald's oder Yum haben ihr ganzes China-Geschäft abgestoßen, machen nur noch Franchising. Teilweise sogar McDonald's macht es auf einem minimalsten Niveau, Franchising in China, weil die Chancen und die Risiken halt in den Augen von McDonald's halt nicht gleich aufliegen oder beziehungsweise die Chancen nicht deutlich überwiegen. Und das könnte natürlich für Starbucks auch vielleicht so eine Art Befreiungsschlag sein, wenn das natürlich jetzt gerade das Segment ist, das am allerschlechtesten läuft. Ich muss aber sagen, ich finde die Aktie aktuell schon durchaus attraktiv. Vor allem, wenn man sich mal die Dividendenrendite von 3% anschaut, die jetzt anlegt. Das ist schon saftig, würde ich sagen. Oder was meinst du? Ja, ich muss auch sagen, also jetzt gerade zum Nachkaufen habe ich echt einige Aktien diese Woche, die mir viel Spaß bereiten werden jetzt die nächsten Monate, wenn die halt weiterhin so günstig bleiben. Also Starbucks jetzt bei über 3% Rendite. Auch der Abstand zu McDonald's ist total krass. Also McDonald's ist normalerweise immer etwas günstiger gewesen, von der Aktie her natürlich. Und jetzt plötzlich ist Starbucks die günstigere Aktie mit mehr Dividendenrendite. Und grundsätzlich könnte das natürlich jetzt wirklich interessant werden. Denn ich muss persönlich sagen, ich werde Starbucks jetzt auch nachkaufen. Ich habe einen Sparplan sowieso schon auf Starbucks aktiv. Und ja, werden wir mal schauen, wohin das alles führt. Aber man muss sagen, 2024 wird ein ekelhaftes Jahr für Starbucks. Und natürlich kann es auch sein, dass Starbucks jetzt am Ende ist. Oder wie du sagst, vielleicht auch einfach nur so ein zyklisches Loch. Und dann haben wir auch noch ein weiteres Unternehmen, bei dem ja möglicherweise Nachkaufgelegenheiten entstanden sind, nämlich bei CVS Health. Die haben nämlich auch eine ähnliche Bauchlandung hingelegt nach den Zahlen wie Starbucks. Ich würde sagen, die sind auch irgendwie minus 15, 20% gefallen. Tja, also grundsätzlich waren die Zahlen nicht so bombastisch. Umsatz lag ein bisschen unter den Erwartungen des Wachstums. 3,7% EBIT-Marge. Vorher waren es nur noch 3,3%. Vorher waren es 5,1%. Und da wurde auch mehr erwartet. Tja, grundsätzlich hat CVS angegeben, dass sie vor allem gerade extrem leiden unter den hohen Kosten für die Krankenversicherung. Da hatten wir ja auch schon vor ein paar Wochen mal das Thema, dass diese Medicare-Pläne nicht erhöht wurden, was es da an staatlichen Geldern gibt. Und da ist die Aktie ja auch schon mal gefallen. Jetzt gab es praktisch da noch mal einen richtigen Schlag rein. Und du hast dich ja schon ein bisschen intensiver noch damit beschäftigt. Du hast ja in einer unserer Gruppen da schon mal was geschrieben. Vielleicht kannst du dann auch einfach mal sagen, was du da zu dem ganzen Thema an sich denkst. Ja, also die Sache ist eben bei CVS, da hatte ich jetzt auch so ein bisschen was gehört. Ja, was ist denn da los jetzt bei CVS? Ist das Unternehmen vielleicht irgendwie am Ende möglicherweise? Und da wurde schon irgendwo der Walgreens-Vergleich gezogen, weil Walgreens natürlich total abgeschmiert ist. Das Interessante ist aber, das Apothekengeschäft, also das, was Walgreens eigentlich nur macht, das ist sogar am besten gelaufen bei CVS. Das konnte nämlich die Erwartungen und die Prognose komplett erfüllen. Aber das Problem ist einerseits, also CVS hat ja drei Sparten. Und die andere Sparte, da wickeln sie so Gesundheitsdienstleistungen ab. Da war auch so ein bisschen schon eingeplant, dass der Umsatz sinken wird. Das lag daran, weil der eine Kunde, Blue Shield heißen die, abgesprungen ist letztes Jahr. War auch irgendwo erwartet. Trotzdem haben die da auch ihre eigene Prognose nicht so ganz erreicht. Die zweite Sache war dann aber das Krankenversicherungsgeschäft. Und ja, der Medicare-Plan, der haut halt wirklich richtig rein. Der wird staatlich reguliert. Also es gibt ein Niveau, das darf man quasi nicht unterschreiten. Also um so eine Art, ja wie soll man das sagen, so eine Art gesetzlich gedeckelte Höchstgewinngrenze ist das. Also du darfst als Unternehmen, als Versicherung, darfst du nicht eine bestimmte Gewinngrenze überschreiten. Und diese Grenze liegt bei 85%. Wenn du da drunter gehst, dann sprich machst du als Krankenversicherung zu viel Gewinn und das darfst du grundsätzlich nicht. Deswegen versuchen alle immer diese 85% zu treffen. Und jetzt ist CVS auf das ganze Krankenversicherungssegment bei 90%. Also sprich, wir reden hier wirklich nur über kleine Prozentänderungen, die aber einen riesigen Impact auf die operativen Gewinne haben. Und ja, die Leute gehen jetzt nach Corona öfter zu ihren Operationen, die sie eben einfach während Corona nicht gemacht haben. Plus andererseits einfach die Kosten für alles sind gestiegen. Als Krankenversicherung musst du diese gestiegenen Kosten aber natürlich bezahlen. Also du kriegst ja die Krankenhausrechnungen und die Medikamentenrechnungen und so weiter. Und CVS kommt da erstmal nicht hinterher. Also erstmal dieses Verhalten jetzt nach Corona, irgendwelche OPs nachzuholen, wird das jetzt auf Dauer ein Problem bleiben? Werden die OPs quasi die Quote, mit der man irgendwie OPs macht, jetzt steigen? Wahrscheinlich nicht, sondern das wird sich einfach wieder auf das normale Niveau einpendeln, was vor Corona da war. Und andererseits muss man sagen, Inflation, ja, ist ein Thema. Natürlich, je länger die Inflation uns begleitet, umso kritischer wird das für so eine Versicherung. Vielleicht auch, wenn sie die Kosten nicht schnell genug nachziehen dürfen. Also es ist ja reguliert. Aber grundsätzlich auch da glaube ich, dass der Staat ein Interesse daran hat, dass ja Krankenversicherungen auch profitabel arbeiten können. Und ja, irgendwann wird die Inflation auch hoffentlich mal wieder sinken. Und deshalb bin ich da eigentlich positiv, dass das ein Problem ist, das man in den Griff bekommen kann. Und wenn ich jetzt mal gucke, CVS zahlt schon aktuell 2,66 Dollar, glaube ich, Dividende. Und du hast halt aktuell einen Kurs von ungefähr, ich glaube, 55 Dollar. Das sind halt fast 5% Dividendenrendite. Und da muss ich einfach sagen, so 5% Dividendenrendite, die halt auch jetzt aus dem neuen, also aus der reduzierten Gewinnerwartung locker gedeckt werden. Also das ist immer noch 50% Ausschüttungsquote. Und ich glaube eher sogar, dass CVS langfristig mindestens 3 Dollar Dividende zahlt, wenn nicht sogar eher 3,5 Dollar, weil die wollen wieder auf 7 Dollar Gewinn hochkommen, wo sie ja vorher schon fast waren. Und dann hat man eher schon so die 6 und mehr Prozent Dividendenrendite. Also für mich ist das ein sehr attraktives Niveau eigentlich, was man sehr gut aushalten kann. Und natürlich ist das halt wieder so eine, wie soll ich das sagen, so eine Art Realty-Income-Situation, wo man eine Aktie hat, die jetzt vielleicht auch länger rumdümpeln wird, bis die News sich wieder verbessern, wo auch wirklich, man muss auch sagen, da ist ja auch viel Vertrauen weg einfach. CVS hatte sowieso schon wenig Vertrauen als Aktie. Und jetzt mal halt so heftig zu enttäuschen, die Aktie ist ja glaube ich, ich glaube, das ist der stärkste Einbruch seit mehreren Jahren. Und die Aktie ist jetzt auch auf dem niedrigsten Niveau. Im letzten Jahrzehnt der stärkste Einbruch pro Tag. Ja, genau. Und plus die Aktie ist jetzt auf dem niedrigsten Niveau, glaube ich, seit fünf Jahren wieder. Ja, das schmerzt, definitiv. Aber an sich, CVS hat sich gut entwickelt. Grundsätzlich natürlich auch die ganzen positiven Vorteile, also zum Beispiel die letzten zwei Übernahmen, die sie gemacht haben, Signify und Oak Street, die konnten ja noch gar nicht irgendwie ihre Wirkung entfalten. Was so ein bisschen auch die Sachen sind eigentlich, auf die ich so spekuliere oder in die ich auch investiere, dass man eben zum Beispiel so eine Art Hausbesuch von Ärzten oder auch, dass man den Hausarzt stärker in die medizinische Versorgung wieder reinbringt, weil das halt günstiger ist, als zu Fachärzten zu gehen. Diese Effekte konnten ja bei CVS noch gar nicht zum Tragen kommen, weil die Übernahmen noch so kurz her sind und die Integrationen einfach auch noch ein bisschen dauern. Also ich glaube, bei CVS sind noch viele Chancen da. Jetzt ist halt das Krankenversicherungsgeschäft nicht so gut am Laufen, wird natürlich auch andere Krankenversicherungen treffen, die, die am stärksten von Medicare betroffen sind. Also beispielsweise Cigna ist zum Beispiel sehr stark, glaube ich, oder Humana, eine von beiden war es, glaube ich, die sehr stark in Medicare drin ist. Die werden tendenziell auch davon betroffen sein. Ja, wer halt natürlich den sozusagen sicheren Weg, aber auch das höhere Premium zahlen möchte, der soll UnitedHealth kaufen, aber da kriegt man eben keine 5% Dividendenrendite. Ja, spannend auf jeden Fall. Ich würde sagen, da machen wir weiter mit PayPal. Die sind 9% gestiegen, eine Aktie, die ja auch viel Vertrauen verloren hatte in den letzten Jahren, weil sie mit sinkenden Nutzerzahlen zu kämpfen hatte und an sich so ein bisschen die Angst da war, dass sie jetzt von Apple Pay und Co. überholt werden. Die haben aber ganz gute Zahlen eigentlich geliefert. Umsatz ist um 9,4% gestiegen. Das lag über den Erwartungen E-Bit-Marge bei 23%. Die war auch im Vorjahr noch ein bisschen niedriger mit 21,3%. Aktive Konten sind im Vergleich zum Vorquartal leicht gestiegen. Transaktionen pro Konto sind aber angestiegen. Und das Total Payment Volume ist um 13,9% gestiegen, was wirklich ordentlich ist und 3,3% über den Erwartungen war. Die Aktie ist fast 10% gestiegen. Und ich muss sagen, ich gönne es der PayPal-Aktie und den Aktionären. Das stimmt. Aber aktive Konten sind gesunken im Jahresvergleich, muss man sagen. Also es ist, year over year ist es sogar gesunken wieder. Ja, ich gönne es auf jeden Fall den PayPal-Aktionären auch sehr. Ja, ich glaube, wenn PayPal die Kosten dramatisch oder gut senkt und vielleicht auch noch eine Dividende einführt, dann ist das eine richtig schöne Value-Aktie, wo ich mir auch vorstellen könnte, wenn sich halt wieder die E-Commerce-Zahlen etwas verbessern und auch von den Erfahrungen, die ich bisher habe, was eigentlich so die Annahmequote im E-Commerce bei PayPal angeht. Also PayPal ist wirklich beispielsweise im deutschen E-Commerce eine Methode, die man anbieten muss, einfach jetzt. Wir machen es natürlich nicht. Aber grundsätzlich hat das halt wirklich so ein großes Konsumentenvertrauen. Das ist so krass, wie sehr das hilft, irgendwie im Checkout-Prozess dann wirklich nochmal jemanden dazu zu überzeugen, die Zahlung zu machen per PayPal. Und für ein 15er KGV, ja, also schon krass. Also man kriegt hier wirklich einen guten Deal auf Aktienbasis. Und wenn die die Kosten halt weiter niedrig halten, beziehungsweise jetzt sogar mit Kostensenkungen so ein bisschen Erfolge haben, dann könnte das natürlich auch echt interessant werden, weil dann sprudelt ja eigentlich nur das Cash. Und PayPal ist eine der wenigen Aktien, in dem Markt überhaupt die profitabel ist. Und dann haben wir noch Porsche-Zahlen. Porsche ist 6% gefallen. Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, sind sie auch erstmal echt nicht so toll. Wobei das auch irgendwo erwartet wurde, das ist jetzt erstmal Umsatzrückgang gekommen. Der Umsatz ist im Quartal um 10,8% gefallen. Marge ist auch stark eingebrochen. 14,2%. Vorher waren es satte 4%-Punkte mehr. Aber Porsche hat ja schon angekündigt, dieses Jahr wird auch so ein, ja, Übergangsjahr hört sich, finde ich, immer so ein bisschen eklig an. Aber es ist für Porsche ein Jahr, wo sie 4 von 6 Baureihen erneuern werden. Der Panamera wird neu, der Macan, der Taycan und der 911. Und das drückt erstmal die Marge und macht auch, weil da auch jetzt einiges Elektrisches kommt, wie beispielsweise beim Macan, könnte das halt auch erstmal bei den Verkaufszahlen nicht so gut ankommen. Deswegen wird auch fürs Gesamtjahr eher einen Umsatz erwartet, der flach bleibt. Aber, gut, Porsche sagt natürlich selbst, die gehen hier mit mutigen Schritten in der Strategie voran. Und ich finde auch, dass das objektiv so der Fall ist, weil sie ja wirklich viel auf Elektrifizierung setzen und viele rein elektrische Modelle jetzt anbieten. Porsche hat natürlich auch irgendwie Probleme in China, hat Probleme wegen der gesamtwirtschaftlichen Situation und das spiegeln die Zahlen auch irgendwie wieder. Dann kommen halt noch diese neuen Launches der ganzen Baureihen hinzu. Ja, Zahlen sind wirklich jetzt nicht so super gut, aber für mich bleibt Porsche weiterhin ein sehr spannendes Investment und ein gutes Unternehmen mit einer guten Strategie. Ja, ich muss auch sagen, so, ich merke das immer eben in unserer WhatsApp-Gruppe, auf Discord und so weiter, wenn irgendwie mal Zahlen nicht so toll ausfallen, dann herrscht immer so etwas Nervosität und dann sind direkt alle so, ja, soll man die Aktie nicht verkaufen? Die besten Zeiten sind schon vorbei. Und irgendwie, also bei Porsche oder auch jetzt so bei LVMH würde mich das am allerkältesten lassen, wenn mal die Umsätze fallen, weil ich einfach so viel, ja, so viel Vertrauen irgendwie noch in diese Marken habe, dass die einfach halt in den kommenden Quartalen das auch wieder reinholen können, dass es halt einfach nur so eine Übergangsphase ist. Ja, und damit sind wir dann schon durch mit den Zahlen, war diese Woche einiges und wir können weitermachen mit der Aktie der Woche. Diese Woche hat Benjamin die Zoetis mitgebracht. Ein Unternehmen, das vor allem davon profitiert, dass wir als Menschen unsere Haustiere lieben. Ich habe drei, Benjamin. Du hast auch eins und du weißt, man tut für sein Tier im Zweifelsfall alles, auch Arztrechnungen von tausenden Euro, sofern das halt der Geldbeutel zulässt. Aber wenn das auch nicht geht, dann nimmt man sich im Zweifelsfall wahrscheinlich sogar noch einen Kredit auf. Aber wenn man die liebgewonnen hat, dann wird da auch viel Geld investiert und Zoetis ist einer, der großen Profiteure davon, dass wir so eine Liebe zu unseren Haustieren haben. Erzähl doch mal. Ja, das ist wirklich sehr spannend, nämlich was im ganzen Haustiermarkt los ist. In den USA zum Beispiel, und das ist der wichtigste Markt für Zoetis, weil da ungefähr die Hälfte der Umsätze herkommt, nimmt die Anzahl der Haustiere so durchschnittlich um ein Prozent pro Jahr zu. Also es gibt auch mehr Hunde und Katzen, als es Kinder gibt in den USA. Und ich glaube, durchschnittlich hat jeder Haushalt ein Haustier. Also natürlich gibt es manche so wie dich und weniger wie mich. Ich bin der Durchschnitt dann, wobei wir ja hier in Europa sind. Hier ist die Quote nicht ganz so krass und hier muss man sagen, hier sind die Haustierausgaben nicht ganz so krass wie in den USA. Und das Interessante ist auch, wir sind so ein bisschen im Wilden Westen, was die Haustiere angeht. Also während halt irgendwie die Humanmedizin so ganz kleine Sprünge macht und wir jetzt mit Übergewicht kämpfen und keine Ahnung was. Also Menschen einfach grundsätzlich schon, sagen wir mal, sehr gut erforscht sind und halt, ja, was die Lebenserwartung angeht, da auch nicht mehr so krasse Sprünge drin sind, ist es bei Haustieren einfach nochmal anders. Die Gesundheit wird so krass viel besser und steigt einfach so enorm, dass da eben auch, also der Vorteil ist, wenn die Gesundheit steigt und die Lebenserwartung steigt, dass die Tiere länger ein altes Leben haben und wenn sie länger alt sind, dann heißt das, dass sie auch in der Regel mehr Krankheiten haben. Also es ist ein sehr einfacher Investment Case. Und früher war der Markt eher so, dass es in Richtung Nutztiere ging. Also früher waren Nutztiere einfach das große Ding und Nutztiere sind wirtschaftliche Tiere, muss man einfach sagen. Und das heißt, man rechnet so, ja, Kosten gegen, Nutzen gegen und damit ist da ein erheblicher Preisdruck. Also bei Nutztieren, die Pharmabranche verdient da nicht so ganz gut dran. Und bei Haustieren ist es aber so, wir haben hier was Emotionales, so wie bei Menschen, dass man einfach sagt, wir können das nicht sterben lassen oder so. Wir sind nicht bereit, einfach ein Nutztier wird einfach getötet, wenn es krank wird. Ist leider so. Aber ein Haustier eben nicht. Und dadurch, dass die Haustieranzahl immer weiter steigt, die Haustiere immer länger leben und sie noch so was Emotionales sind, wo du da auch mal bereit bist, halt mehrere tausend Dollar zu bezahlen, wächst der Markt einfach enorm. Also 6% Wachstum pro Jahr. Es ist ein ganz kleiner Markt, nur 40 Milliarden Dollar groß, aber eben ein wachsender Markt. Und Suetis oder Zötes ist die Nummer 1. Ist die Nummer 1 für 20% Marktanteil. Also es gibt wenige Unternehmen, die überhaupt ansatzweise so groß oder halb so groß sind wie Suetis. Und dieses Unternehmen definiert die Branche wie kein anderes, weil sie einfach sehr aktiv forschen. und die ganze Tierpharma-Forschung ist auch ein bisschen anders als die Humanmedizin. In der Humanmedizin ist das ja so, dadurch, dass der Markt, also die Humanmedizin ist ja, ich glaube, ungefähr 100 Mal so groß wie die Tierpharma. Dadurch bedeutet das einfach, dass in der Humanmedizin so viel mehr Geld da ist. Also man kann einfach auch mal wirklich eine Milliarde investieren in die Forschung rein, während das bei der Tiermedizin sich gar nicht rentieren könnte. Und dementsprechend ist das natürlich irgendwo eine Beschränkung für die Tiergesundheit. Also Forschung ist deutlich auf einem gekappteren Niveau. Gleichzeitig sind die Regulierungen aber auch nicht so hoch bei der Tiergesundheit. Also man muss einfach nicht so strenge Vorschriften erfüllen wie bei der Humanmedizin. Und das sind, also immer, wenn man weniger reguliert ist, ist der Vorteil, dass man halt mehr Innovationen bringen kann. Oder dass man halt auch vielleicht ein etwas riskanteres Medikament auf den Markt bringen kann, das ein paar mehr Nebenwirkungen hat. Aber eben, dass man trotzdem sagt, okay, dieses Verhältnis, diese Waage aus, wir behandeln ein Tier und wir haben aber auch ein Risiko von Nebenwirkungen. Da ist man bereit, höhere Risiken einzugehen als jetzt in der Humanmedizin. Aber jetzt habe ich ja gesehen, die Aktie ist ja ungefähr 30 Prozent, jetzt ist sie vor ein paar Tagen noch ein bisschen gestiegen, unterm Allzeithoch. Warum, also gibt es da irgendwelche Probleme gerade, die Anliegen oder warum ist da sozusagen der Aufwärtstrend so gebrochen? Ja, tatsächlich beschleunigt sich das Wachstum von Suetes aktuell. Also vorher waren sie bei 6,5 Prozent auf den letzten zehn Jahren, jetzt sollen sie eher so in Richtung 7 Prozent gehen. Letzten Quartal zahlen wir noch wirklich sehr gut, sind sie sogar 10 Prozent gewachsen. Aber, und jetzt kommt's, Suetes hat zwei Probleme. Erstmal, die Corona-Pandemie ist vorbei, Tiere, die angeschafft wurden, werden leider, und Haustiere vor allem, werden wieder abgeschafft. Also, was weiß ich, Hunde werden ausgesetzt, Katzen werden ausgesetzt, der Haustierbedarf ist sozusagen auch so ein bisschen gestillt bei vielen Leuten, bei dir vielleicht noch nicht, aber grundsätzlich, viele Haustierbesitzer sind jetzt einfach so ein bisschen versorgt oder Leute, die dachten, dass sie irgendwie ein Haustier haben wollen, haben ihr Haustier schon irgendwie wieder ins Tierheim oder so abgegeben. das ist halt echt ein Problem. Also, dieses 1% Wachstum, das gilt aktuell nicht mehr. Ist aber auch eher so eine temporäre Sache. Und dann ist noch die zweite Sache, Suetes hat ja viel Forschung und sie haben ein Medikament und da sind sie sehr innovativ, auch wir hatten sehr viel Insiderwissen auch für die Analyse eben herausbekommen können. Und da ist es so, Suetes hat Medikamente, die gegen Arthritis helfen. Und das Problem ist, diese Medikamente, die wurden zugelassen, erst in Europa und jetzt in den USA und die sollen ganz große Blockbuster werden für Suetes, also das wichtigste Medikament eigentlich, was Suetes so im Portfolio hat. Und jetzt kam aber vom Wall Street Journal vor ein paar Tagen, also es ist wirklich brandaktuell, ein Artikel raus, dass es schon über 20.000 Beschwerden über dieses Medikament in den USA gibt, dass die Nebenwirkungen so krass sind und dass die Tiere quasi, also laut Beschwerde, wenige Wochen nach der Einnahme gestorben sind. Und da ist natürlich jetzt so ein bisschen die Angst dahinter, hat Suetes hier vielleicht ein riskantes Medikament auf den Markt gebracht, das nicht genügend erforscht wurde. Es gibt auch Skandale natürlich in der Branche, dass man irgendwelche Forschungsergebnisse gefälscht hat, dass da irgendwas nicht ganz gestimmt hat. Das gab es zum Beispiel bei Boehringer Ingelheim mal und also habe ich zumindest mal gehört, dass es mal das bei Boehringer Ingelheim gab. Ich will mich darauf jetzt nicht festlegen, aber zumindest mal in unserer Recherche hatten wir da gesehen, dass es da zumindest mal Unstimmigkeiten irgendwie gab und dann Boehringer eine Strafe gezahlt hat und da könnte es natürlich auch sein, dass Suetes irgendwie davon betroffen sein könnte oder dieses Medikament vielleicht das Umsatzpotenzial, das man sich eigentlich dachte, niemals entfalten kann. Okay, ja, das hört sich danach an, als gäbe Chancen, aber auch Risiken und ich gehe mal davon aus, in der Analyse kriegen wir dann eine schöne Abwägung und dann auch ein Fazit, ob man gerade bei dem Kurs jetzt hier die Risiken oder die Chancen überwiegen, um da einzusteigen. Ja, so sieht das nämlich aus und ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal in die Analyse reinzuschauen, denn ich kann nur sagen, Suetes ist wirklich eine sehr, sehr spannende Aktie. Die Dividendenrendite ist so hoch wie noch nie. Wir reden jetzt hier von 1,1%, aber Suetes, normalerweise hat man unter 1% bekommen. Die Bewertung nach KGV ist auch so günstig wie noch nie und quasi die Aktie gibt es ja noch gar nicht so lange, weil das ein ehemaliges Pfizer-IPO ist oder so ein Spin-off. Die Aktie war halt quasi bewertungstechnisch noch nie so günstig oder ist halt so günstig wie zum IPO-Zeitpunkt damals mal und das tatsächlich könnte ganz interessant sein, wenn man sich eben aber auch damit beschäftigt, ja, hat man hier wirklich diese Risiken wie bei der Humanmedizin, dass halt irgendwann die Patente einfach auslaufen und dann, ja, dann hast du halt irgendwie dein Pfizer im Depot. Man sieht ja, Pfizers Aktienkurs läuft ja nicht mehr so toll und andererseits natürlich hat man hier vielleicht irgendwelche Gesundheitsrisiken, irgendwie sozusagen so eine Art Buyer im Depot vielleicht. Das will man ja auch nicht haben, deswegen muss man das auch eben einschätzen, wie die Risiken von diesen zwei Medikamenten, die Suetes hat, auch da sind. Das haben wir natürlich alles in der Analyse gemacht. Super. Die sind in den Shownotes verlinkt. Auf jeden Fall mal reinschauen und dann würde ich sagen, machen wir für diese Woche den Sack zu. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.